hallo und willkommen zurück wer bist du hallo manche manche meinen dies wäre kein guter ort für ein laden aber ich wette andere werden mir folgen kaufen okay ausrüsten einstab verkaufen habe ich schon für sich strudel mp verbündeter erzafter eintopf noch mal drei okay das geschmeckt am mondrang rein hat sich schon mal gelohnt abgewehrt okay skill eintopfbombe los auf geht's so zwei weg und 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 Ist das hier unten eine... Ah, da gibt es eine Leiter. Okay, wir sollten mal nach oben gehen. Ne, falsch. Falsch. Das kriegen wir hin. Ja, das kriegen wir hin. Ich bin sehr erfahren an Jump'n'Runs. Ja, clever. Das war richtig clever. Wie komme ich jetzt nach? Was steht mir noch? Ah, ich sehe. Ich sehe. Äh. Zack. Gucken, was wir hier hinten drin haben. Ach, oh, ein Korken. Bitte, was? Okay. Ups, da gehe ich ganz kurz zurück. Ah, Hohenkorken. Ah, okay. Muss ich den hier irgendwie hinstellen. Jawohl. Muss ich den hier oben hochklettern können, oder? Ja. Da ist eine Regenbogenkiste. Okay. Ähm, ja, dahin. Oh, nee, dahin. Ah, okay. Also muss ich einfach runterjumpen. Ist hier oben irgendwas? Nö. 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 Ah, du Heiland. Hm. Nee, Skills. Sicher, boom. Zack. Hey. Auschen. Nee. Sprint schlagen. wir müssen erst mal die gegner weg holen nicht gut dich ich wäre mal dafür nein ich wäre mal für ein item kann ich nicht einsetzen gerade kann ich nichts einsetzen den schlag fliegelangriff ich schlag darauf weg das fand ich nett ähm items ne äh items meiland hmm ach du herrland ey was erwartet uns bloß hier auf dieser insel ok ja den shortcut müssen wir definitiv aktivieren das war richtig clever von mir ok ok Den Shortcut müssen wir richtig definitiv aktivieren. Oh Gott. Oh. Gets, um. Warum hau das Vieh einfach weg jetzt? Ist nicht so... Na komm. Mal gucken, was wir ihm so abziehen. Der nächste ist im Eimer. Ich würde gerne eine Reihenfolge ändern. Na? Das macht bestimmt Aua. So froh, wenn ich einfach mal ankomme irgendwo, ne? Hm, nee. Items. Wir machen die fertig, wir brauchen die Erfahrungspunkte. Das ist halt das Problem. Skills. Sprintschlag. Feuer frei. Okay. 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 Ei, das hat richtig weh. Ei. Ein Schlag. Na komm. Gut, es hat gesessen. Ja. Items. So klar, ne? Okay. Und Rang. Vielleicht können wir ja gleich was ausschalten. Na komm. Oh, es war so schlecht. Das war taktisch nicht ganz so geil. Komm, hau ihn weg. So, da war es nur noch einer. Ah, Sprintschlag. Ich bin echt so froh, wenn ich mal irgendwo rasten kann wieder, ne? Oh, ich sehe die Stadt. Boah. Oh. 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 Kochen. Hm. Hm. Kann nur zwei davon machen. Okay, kochen wir erstmal. Mal drei. Gruppe 2. Okay. Ausruhen. Und speichern. Ei, 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 ei. Ügel der Absicht. Ah. Ich bin noch zurück. Oder? Oh Gott. Bosskampf. Oder? Wer bist denn du? Bekannt vor das Lied? Wenn der Mond hell auf die Herbstgarten scheint, der Gräuel aus Wurzeln und Blättern erscheint. Okay. Und du? Und du? Ja und jetzt? Okay. Und du? hallo das spiel gerade kaputt muss ich was neu laden naja dann kann er mir was dazu sagen ja denke ich mal glaube hier ist gerade etwas kaputt gegangen im spiel der mut muss drauf scheinen mir schon klar ich glaube ich ist was kaputt okay was rausgefunden habe nehmen wir zwei wieder oder wir sind in der nächsten folge bis denn schau